Vielen Dank. Also, ob sie und ich sind ihm immer gefolgt, haben ihn gekillt oder irgendwie scheiße mit ihm gemacht. Er lacht halt immer. Was? Keine Ahnung. Du findest bestimmt nicht gut, was wir gemacht haben. Ich lasse ihn in Ruhe. Die Sache ist halt, man muss nur eine kleine Sache machen und dann weint Alex so ein bisschen, aber lacht auch. Das sind so lustig. Ich bin mal kurz weg, so circa 10 Minuten, okay? Ciao. Cool. Und im Stream hat man wieder nichts gehört. Also, boah, die komplette Ausaufnahme. Also, was ist sonst? Achso, warum kann ich mir jetzt nicht mehr machen? Mach ich mir jetzt einfach mal heimlichen Barb. Haha. Also, warum muss ich jetzt hier so weit lauf? Achso, das ist so nervig. Ich kann nicht mal die Wolle jetzt hier mitnehmen. Egal. Was soll's. Hebe ich gleich auf. So, und jetzt wird das mal der ganze Scheiß hier reingeschmissen. Hallo. Cool. Cool. So, jetzt mal wissen wir, warum habe ich Enderperl. Jetzt tue ich hier rein. Dies tue ich auch rein. Da ist ein Halbster nämlich mit. Die Pfeile brauche ich jetzt nicht. Die O brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Den Scheiß brauche ich auch nicht. Die Betten brauche ich. So, jetzt nehmen wir das hier rein. Dann warten wir uns kurz zu. Ich muss ein bisschen Zeit sparen. Ja, komm. Ja, komm. So, bitte ist er. Dein Gold. Noch ein Gold. Noch ein Gold. Ja. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Die Feuerwelle sind auch nicht schlecht. Das brauche ich auch nicht. 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 und sehen wir schon zwei Schuhe macht gut auch nicht schlecht aber nicht so geschrieben das wollte ich nicht ich habe vergessen das andere immer und dann habe ich kein Geld mehr Leder ist aber auch immer gut weil Leder und Farm ist werfe ich das ist eine andere Art und Weise auch Leder zu bekommen noch ein Buch wäre cool muss ja nicht selber für drei sein aber auch was niedrigeres wäre schon cool schon wieder ein was weiß und noch ein Buch Sihender vor zwei läuft doch wie geschmiert ja ok die 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 alles nicht die noch ein buch bitte so lange die mit dem gold beschäftigt dann interessiert die halt überhaupt nichts anderes das ist halt echt so jetzt habe ich schon wieder mit dem ziegel gleich haben wir es aber die pfeiler sind in Ordnung aber die brauche ich jetzt nicht so Spektralfeiler Fäden? ich auch noch nicht großartig wir tun aber was nicht für uns das ist schon wie ich mir könnte vielen dank liebe ich gehe wieder zurück ich gehe wieder zurück jetzt konnte ich auch einiges zu schreiben 2 sehenläufe bücher das ist so in ordnung und einmal schuhe ja die Eisenbahn mache ich gleich das haben wir noch bekommen, das haben wir noch bekommen Südfeuerbeider haben wir sicher mit rein rückstoß 2 ist eigentlich nicht schlecht kann ich mit arbeiten für Ersatzschwert als ich mal wieder zurückbanken will achso ich wollte netter Quarz wir holen ich will nicht netter Quarz, sondern netter Schrutt hier da hat sich wer tippet ähm ist denn Alex noch da so habt ihr alles geschrieben jetzt gehts hier unten weiter ich hab mal hier so rüber gegraben das bringt nicht viel ja würde ich mal sagen sprengen wir weiter ich brauch bloß ein bisschen Stein zum sprengen ich könnte mich ja auch hier durchbauen aber die Spreng ist cooler genau ich lebe ich ich nicht Das Gold nehmen wir natürlich mit, brauchen Gold, schon wieder recht viel, müssen eigentlich mal was hier mitnehmen, dass wir das auseinandernehmen könnten. Ähm, äh, nicht auseinandernehmen, sondern zusammencraften. So. 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 Schön aufspringen. So, ich mach nochmal kurz da. Herr Alex, was kann mir Ihnen helfen? Alex, wie kann ich dir helfen? Gar nicht. Okay, dann schau ich mal in dem Video weiter. Ciao. Hey, ja. Hey, das war's. Ich habe wieder. Ich bin nicht. Also teste, die macht mir mehr Spaß. Hm? Was ist? Die macht mir mehr Spaß. Hm. Deswegen spiel ich auch mehr. Also Hupsi hat einfach ohne Plan sich durchgegraben. Hm. Ist hier noch was? Nein, hier ist nichts. Hm. Vielen Dank. 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 ob er mich gestimmt hat ja ja gut das hat er dann wird alles aus morgen naja dann kann ich einfach nicht entbannen tut mir sehr leid ich darf nicht mehr laut regen mich auflegen also lieber stumm bevor man irgendwas ist sonst war es das ist heute noch ein band auch alex was sagt man soll nicht stumm was ist wieder das typische kindliche verhalten ja er hat wieder das und das gemacht und deswegen mache ich das und das muss da kannst du sagen dass er mich schon stumm soll bitte noch mal danke alex alex als ich nicht auf durch kraft im bahn muss schon antworten alex du wirst gerade gefragt von tom was gefragt alex ich möchte kann mit dir reden nicht mehr so ist auch ein stund und ich will nicht andersrum reden und ich möchte ich habe alles gehört schon klar ich rede also willst du denn nicht und dann haltet ich kann auch andere sachen geben konnex ich bin jetzt mein spiel du darfst dir was wünschen und ich habe es zu p ist und wenn ich kriegst du es egal wenn es zu p ist kriegst du nicht zum beispiel den tag krank ja ich will jetzt keine ringe ich will das was man hier ganz normal kriegen könnte wenn ich halt ewig keine forme nämlich einmal komplett das ganze inventar von den halloween verkäufer einmal alles zum mitnehmen ja einmal alles ist ein bisschen ok gut dann las den kopf die schalker box und das glasen was das ist weg und den toten kannst du weglassen ab doch die ganze ist zwei werkzeuge raus die spielzeit haben wir schon ich rede mich schön ist ich rede mich gleich wieder auf warum das möchtest du Alex ich kann ja nicht mal nachschauen das ist ein schönes vertreten ja alle vier zwei stück darfst du dir aus und wer auch noch den kopf und den toten ok und in die schalker box und den kopf und den toten braut was denn alles schwert auf jeden fall und jetzt haben wir schon sagte und warum hat diese helfe nach f f 4 also irgendwie ok die schaufel 5 und das ding hat keine ahnung also schwert und ochs und halt den kopf und die schulker box aber zuerst bevor es gibt es nicht bei das mental platz wenn dann also was willst du das schwert und was noch ja genau und noch den kopf und das ist noch den kopf sonst zufrieden alex wenn du mich jetzt in den nächsten tagen wieder erst in den nächsten jahren wieder erst jahren bestimmt noch mal ist jetzt wieder gut verstanden sagen wir mal so ein monat pause kann ich dir vielleicht okay ist jetzt wieder alles gut dann noch ein vielleicht drin steckt ist die information du hättest auch so was sagen können wie stecken meine kaktus form nach oben ja ach nee ist alles wieder jetzt okay ja wenn du mich in diesem oberen ist Gott so Ewigkeiten in Ruhe lässt und sonst vermutlich den Plan dann dein Haus abzubauen wirklich irgendwann mal das ist jetzt so alles gut so was kann es ist so ich schön und keine das haben wir nicht in den Niederlandet ist das ist 1 50 und ich habe noch nie was ist gerade klein was dann machen ich bauten ich habe die Stelle nicht noch ein Rüstung ein Master ich fahre mir gerade hier eigentlich nicht aber ich finde einfach keinen schauen dass ein basalt biome zeugnet sponge das weiß ich ich baue mich erst mal jetzt durch das basalt durch damit ich in den anderen bereich kommen kann sich aber noch 200 blöcke weiter bauen machen soll ich einmal eine alte rüstung einschmelzen machst du auch nicht spaß kannst hast du ernst was das ist dieses 1 16 schallplatten und zwar in der russie und zwar hier in der Plotmusik auswahl und ich halte so schnellst Prozent Kappers und stelle ich habe nicht nur noch das gut wozu ich vermutzehnt was wird auch das Ich muss mal so machen, dass jeder auf diese Druckplatten am Spawn kann. Ja, irgendwann auch. So, funktioniert eigentlich mittlerweile die Bank. Nö. Ja, auf meinen Rat hört er keiner. Was? Der Red Protect ist da drauf, aber auf mich hört er ich keiner. Hab ich ja schon mal gesagt, wie du das machen wolltest. Das geht nicht mit dem Red Protect. Warum? Dass der Red Protect geht. Die Bank ist ja schon drin, aber... Nein.